So, schönen guten Morgen, ich hoffe man kann mich hören und verstehen. Willkommen zur weiteren Fortsetzung von Homefront vom ersten Teil und deswegen drücken wir aber auch gleich auf Kampagne Fortsetzen. Ich erinnere mich an diesen ersten Winter, in dem die Verzweiflung über das Land fegte. Die Nahrung wurde knapp und die Menschen fielen übereinander her. Viele hinter der Mauer denken nur noch an ihr eigenes Überleben. Wenn sie es mit diesen Menschen zu tun bekommen, dann denken sie daran, dass sie unberechenbar sein können. Seien Sie vorsichtig da draußen. Dies ist die Stimme der Freiheit. Ja, um das Stimme der Freiheit geht's weiter. Warte hier, Haupt. Diese Jungs sind nicht gerade in Koreaner von Naht. Können wir ihnen trauen? Gunn hat das angeordnet. Er wusste mit wem er es zu tun hat. Sieh mal einer an. Was haben wir denn hier? Mh, unsichtbare Mauer. Die Nox hätten deinen Arsch gehängt. Sie versuchen es immer weiter. Also, wo ist der Heli? Wo ist Boone? Er ist tot. Ach scheiße. Schätze, der Deal ist geplant. Hörst du Arschloch, denk nicht mal dran, uns zu verarschen. Hey, hey, komm schon, hilf mir. Wir kämpfen den gleichen Kampf. Ich sag dir was. Ich nehm die Schlampe und das Nahtengesicht, das sich hinten versteckt und du darfst ohne Kugel im Kopf gehen. Ich denke, du kommst bei dem Deal schlechter, denke ich. Hihihi. So. Und jetzt? Wir gehen nicht ohne diesen Helikopter. Wir können froh sein, wenn wir überhaupt entkommen. Boah. Es sind Amerikaner. Sie sollten doch auf unserer Seite sein. Nein, diese Typen sind durchgeknallt. Ach da. Sie sind auf keiner Seite. Versucht sie lebendig zu erwischen. Die Koreaner teilen mehr, wenn sie noch zappeln. Da, im Turm. Scheiße, unterwüst. Leben darfst du Mistkerl. Wom, 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 wom. Im Turm? Da. Da, da. Oh. Oh, schweinertisch. Boah. Ich habe den Granaten mit. Da ist er. Hier ist ja gar keiner mehr. Wo seid ihr denn alle? Jacob ist da beim Zaun. Schießen, bevor ich das Kommando gebe. Aber wenn ich es tue, dann nicht zögern. Schlipper. Mir nah und leise sein. Wie ist der Plan? Die haben den Helikopter irgendwo versteckt. Wir schleichen uns durchs Lager und klauen ihn. Die müssen wissen, dass wir hier sind. Das bezweifle ich. Der Klang von Schüssen ist hier in der Gegend ziemlich normal. Wir wissen zwar nicht, wie viele es sind, aber diese Typen sind bereit für den Weltuntergang, seit sich alle wegen des Millennium-Bugs in die Hose gemacht haben. Die sind schwer bewaffnet und völlig durchgeknallt. Wir müssen so nah an den Helikopter ran wie möglich, bevor sie kapieren, dass wir hier draußen sind. Sichert eure Waffen, bis ich was anderes sage. Wenn die uns sehen, ist die Mission vorbei. Wer hat da geschossen? War wohl wieder eine Nork-Patrouille. Der Käpt'n will niemanden beim Helikopter sehen. Wer an den Heli? Klar, im Hof hinter der Kirche. Noch nie gesehen? Ich geh da nie hin. Hab gehört, da sind koreanische Scharfschätzen. Das ist das Stimmste, was ich je gehört hab. So kriegt man seine Informationen auch gleich raus. Jetzt über die Straße. Los! Durch das Feld. Schnell, bevor ihr zurückkommt. Ja, die sehen mich schon nicht. Keine Sorge. Hä? Hä? Wollen wir mich gerade verarschen wieder? Wir wissen zwar nicht, wie viele es sind, aber diese Typen sind bereit für den Weltuntergang, seit sich alle wegen des Millennium-Bugs in die Hose gemacht haben. Die sind schwer bewaffnet und völlig durchgekalt. Wir müssen so nah an den Helikopter ran wie möglich, bevor sie kapieren, dass wir hier draußen sind. Sichert eure Waffen, bis ich was anderes sage. Wer hat da geschossen? Wenn wir uns sehen, ist die Mission vorbei. Der Käpt'n will niemanden beim Helikopter sehen. Wer an den Heli? Klar, im Hof hinter der Kirche. Noch nie gesehen? Ich geh da nie hin. Hab gehört, da sind koreanische Scharfschätzen. Das ist das Stimmste, was ich je gehört hab. Jetzt, über die Straße. Los! Durch das Feld. Schnell, bevor ihr zurückkommt. Ich klebe mich einfach seinen Arsch. Das müsste dann gut sein. Hohoho. Unten bleiben. Sie dürfen uns nicht sehen. Halt! Da ist ein Scharfschütze bei der Windmühle. Er wird uns entdecken, wenn wir ihn nicht ausschalten. Jacobs, wenn du freie Sicht hast, dann schieß. Das Gewehr hat ein Zielfernrohr. Setz es ein. Zielentfernung etwa 70 Meter. Du musst treffen. Ziel, guter Schuss. Okay, gehen wir weiter. Oh, falsche Richtung. Boah, ich wollte gerade sagen. Halt, halt. Wartet, bis sie weg sind. Ich kann nicht hinkommen. Die spielen mit ihm. Schweine. Oh, scheiße. Oh, ganz toll. Und was sollen wir jetzt den ganzen Tag machen? Das ist nicht richtig. Wir töten nicht das Vergnügen. Wir lassen sie einfach weitergehen. Scheiße. Wie ist Boone nur an diese Typen geraten? Ich weiß es nicht, Horb. Und ich will es auch gar nicht wissen. Okay, alles klar. Weiter zu dem Traktor. Okay. Wartet. Alle mir nach. Los. Ja, aber wenn ich die ganze Zeit nichts sage, dann hört sich das auch scheiße an. Okay, gehen wir. Schneller, du verdammtes Stück Scheiße. Wenn die Batterien nicht bis Sonnenuntergang geladen sind, reiß ich euch persönlich das Fleisch vom Rücken. Noch ein Raketenwerfer. Raketenwerfer. Rihanna, der Typ, der den Ausgang blockiert. Okay. Das hatte ich mir anders vorgestellt. Möchtest du hier lebendig rauskommen oder nicht? Okay. Ja, so kann das gehen. Los, alle in die Garage. Was haben wir da? Was haben wir da? Was haben wir da? Achso, Munition noch. So. So, und jetzt? Jetzt sind wir alle in der Garage. Ich höre ein Helikopter. Da, koreanische Aufklärungshubschrauber. Was machen die hier draußen? Ob die wohl unsere Dinge hier sind oder wegen denen? Ich weiß es nicht, außer sich da ein bisschen weg ist. Oh, nein. Junge, habt ihr das gesehen? Das wird ein kurzer Flug, wenn wir diese Raketenwerfer zurücklassen. Wir gehen zu diesem Fall raus. Die Nords lernen es nie. Meinst du, diese Widerstandstypen sind die, von denen Tokyo Rose gesprochen hat? Die Koreaner finden eine Belohnung. Sie schicken eine Patrouille. Wir müssen die Straßen weiden. Hoffen wir, dass sie die Sauerei beim Turm nicht entdecken. Hm. Das wird morgen auch noch da sein. Los. Wo ist denn? Achso. Da wirst du auch gehen, mein Freund. Halt, Wache, Fenster im ersten Stock. Wir werden entdeckt, wenn wir rüber wollen. Ausschalten. Nur noch ein Stückchen, Kim, dann kannst du aufhören. Hey Leute, seht euch das mal an. Immer langsam, wir kommen schon. Hey, was macht ihr da? Wir lassen den Nords ein eigenes Grab schaufeln. Hm. Okay. Wer erschießt ihn? Ich mach's. Oder wir erschießen ihn nicht, sondern begraben ihn lebendig. Hab ich aufhören gesagt? Grab weiter. Was ist denn jetzt? Wie ich schon sagte, diese Typen sind durchgeknallt. Gib's mir weg. Hm. Da oben. Noch eine Wache im ersten Stock. So, und weiter. Scheiße, wir müssen durch das Haus. Okay. Durch das Fenster. Messer raus, Jacobs. Mach es leise. Messer raus. Habe ich überhaupt ein Messer? Oh. Ich hab die Messertaste vergessen. Au. Kann ich das Messer auch so ziehen? Scheiße. Wir müssen durch das Haus. Nö. Durch das Fenster. Messer raus, Jacobs. Mach es leise. Ah. Hast du ne Kippe? Nur gefälschte. Verdammte China-Scheiße. Wenn ich Karton schmecken will, dann rauch ich nen verdammten Karton. Oh, was ist das? Nicht, dass du überhaupt was hast. Dotson hat letzte Woche ne Packung mit Durchschuss bekommen. Der Nork-Wichser muss den... Mhm. ...in seiner Brusttasche gehabt haben. Hast recht. Danke mal. Hast du Feuer? Wir sind beim Abheben schon tot, wenn du den Penner nicht erschießt. Wir warten, bis du ihn ausgeschaltet hast. Gehen wir ab. Weg von der Straße, den Fluss entlang. Wie weit noch, Connor? Wir müssten ziemlich nah dran sein. Einfach zusammenbleiben. Dieser Ort bringt schlimme Erinnerungen zurück. Auckland? Ja. Irgendwelche Arschlöcher wie diese haben einfach jeden gelünscht, der auch nur im entferntesten asiatisch aussah. Ich hatte Glück. Die haben nur mein Haus niedergebrannt. Tut mir leid. Schwingert. Der Krieg zeigt unsere schlimmste Seite. War eine schlechte Idee, hierher zu kommen. Eine von vielen. Was zum Henker? Wir müssen hier weg. Sofort. Falls du es vergessen haben solltest, wir haben kein Zuhause mehr. Wir müssen weiterziehen. Noch mehr Schüsse. Ich höre es. Leise sein ergibt jetzt keinen Sinn mehr. Der einzige Weg führt genau durch die Mitte. Entsichern. Hammer erledigt. Ich werde von den eigenen Leuten irgendwo weggedrängt. Ich werde von den eigenen Leuten aus der Deckung gedrängt und dann rennst du irgendwo anders hin und wirst du dann von den Granaten gleich erwischt. Das ist eine super Sache. Sofort. Falls du es vergessen haben solltest, wir haben kein Zuhause mehr. Wir müssen weiterziehen. Noch mehr Schüsse. Ich höre es. Leise sein ergibt jetzt keinen Sinn mehr. Der einzige Weg führt genau durch die Mitte. Entsichern. Hört ihr vor. Kontakt. Da sind sie. Ich bin ein Arsch geschossen. Boah. So. Ja, dann doch lieber Waffe wechseln. Ja. Der hat einen Eisenschädel gehabt. Oh. Oh. Die Jungs geben wieder keine Deckung. Gebt mir doch Feuer vor Zimms. So. Wink. Er schießt wieder 20.000 Mal auf irgendeinen. Er wiederholt sich. Ach da links. Alles klar. 18 Schusswanderer. Ich seh sie. Ich seh dich. Oh oh. Boah. Ich hab ja echt Glück heute. Granaten, ne? So, da war das Darlings. Komm ich da jetzt nicht. Unsichtbare Wände wieder, weil ich zu schnell bin. Schießt auf alle. Schießt auf alle. Da sind sie. Ah, toll. Wo schießt du denn hin, Alter? Da hinten hin. Er ist erledigt. Er ist erledigt. Er ist erledigt. Umso. Ja. Längst mir an. Ach. Bereich sichern, weiter jetzt. Na jo. Oh, was haben die da? Oh, na. Ich seh sie, ich seh sie, ich lade nach. Da sind sie. Ich steh um. Lade nach, gib mir Deckungsfeuer. Da sind sie, dort. Da, da. Irgendwie ist die Maus schlecht eingestellt. Na komm, zeig gleich. Was haben wir hier? Schick. Ich seh sie, ich seh sie. Toll, ja. Was ist denn hier eine andere Waffe, Jungs? Wir brauchen eine andere Waffe. Okay. So. Scheiße, unter mir Schuss. Da, im Turm. Gott sei Dank, Mann. Ach ne, das war die Banker. Das wird das letzte Raketenwerferteam sein. Kommt, wir nehmen die Straße. Was ist mit den Patrouillen? Wir haben keine Zeit mehr. Da kommt noch ein Hubschrauber. Noch mehr Koreaner? Nein. Ein Spähhubschrauber. Hup. Wir brauchen Deckung, um wenigstens in die Nähe des Hubschraubers zu kommen. Ja, der ist schwer bewacht. Von diesem Glockenturm aus müsstest du alles sehen können. Sieht nach der perfekten Stelle für dich aus, Jacobs. In Ordnung. Brianna Hopper kommt mit. Wir spähen voraus. Jacobs, kletter den Glockenturm hoch und überwach alles. Wir sehen uns auf der anderen Seite. Habt ihr noch ein bisschen Munition für meine Sniper? Nö, ne? Ihr seid wieder welche. So, jetzt bin ich auf mich allein gestellt. Wieder der einsame Kämpfer. Jacobs. Wow. Ah. Schade. Komm, ich schieße die Füße weg. Wow. Oh, die Maus. Die ist echt scheiße eingeschleppt. Oh. Oh. Ich glaube, ich muss mal nach der Maus noch mal gucken. Aber egal. Wir spähen voraus. Jacobs, kletter den Glockenturm hoch und überwach alles. Ja. Wir sehen uns auf der anderen Seite. Jacobs macht das schon. Was? 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 Was war los. Oh. Was war los? Oh. Was hat Lynn? Ja. Was hat versucht? Was hat er? Is das ja. Besonder was hat. Was ist, war los? Oh, die ist schick. Blöde Sau, ey. Ist ja richtig was los. Na komm, zeig dich, zeig dich, zeig dich. Boah. Boah. Super Heilungskräfte. Hier ist er. Die blöde Drecksau. Boah. Boah. Alter. Granate. Boah. Boah. Was denn? Ich dachte da wäre noch einer gewesen. Ja genau Rock Heisting. Boah. Boah. Bo Bardzo. So, mit dem Sniper. Alles klar. Ah, kann ich nicht irgendwie... Kann ich mich hinlegen? Ja. Ich konnte mich auch hinlegen, habe ich ganz vergessen. Jacob... Oh! Jacob hat einmal daneben geschossen. Okay, Rihanna, geh weiter, sobald Jacobs den Typen beim Lagerhaus erledigt hat. Oh scheiße, scheiße. Neues Ziel, Jacobs. Genau neben mir ist einer. Hol ihn dir. Connor, er kommt auf uns zu. Nur noch ein Stückchen. Mach ihn alle. Okay, wir gehen raus. Oh, da unten läuft einer. So, da unten läuft auch einer. Connor, einer kommt auf dich zu. Mhm. Ich glaube nicht, dass er dich gesehen hat. Bleib da. Jacobs, schalt ihn aus, wenn er hinter dem roten Truck ist. Kann ja einmal durchladen nochmal. Kann ja einmal durchladen nochmal. Juhu. So, da läuft noch einer. Warte, bis er beim Truck ist. Dann drück ab. Warte, bis er beim Truck ist. Dann drück ab. Ja. 18 Schuss, Jungs. Wie ist der Plan? Wartet, wir gehen durch. Ich gebe euch ja schon vor. Wow. Die Kirche ist schon weit. Schnell, raus da. Du musst springen. Ich springe. Hilfe. So, kann ich weiterschießen? Ja, ich verballere nochmal kurz die Sniper hier alles. Ah. Ja, ist ja gut. Kann ich hier runter? Was? Ich hab' leider keine Granaten mehr, sonst... Ich hab' leider keine Granaten mehr, sonst... Ich hab' leider keine Granaten mehr, sonst... Bei einem Sie. Ah, das ist witzvoll. Oh. Lass mich rein. Lass mich doch rein. Boah. Ja, steig ein. Dann kann ich auch reinsteigen. Zapp. Ja. Ich glaube, ich muss ja gar nicht fliegen, oder? Ja, ja. Hast du ein Signal? Der Konvoi ist gerade außerhalb von Carson City, unterwegs nach Westen. Na, dann schnappen wir uns diese Tanker. Koreanische Tanklaster mit Treibstoff nähern sich der Gegend von Lake Tahoe. Widerstandszellen versuchen sie abzufangen. Aber da geht's. Wir kommen in die tote Zone. Hier in den Bergen müssten ihre Funkfrequenzen verrauscht sein. Wir haben ein etwa fünf Meilen breites Stück, um das durchzuziehen. Wenn wir jetzt abgreifen, könnt ihr keine Hilfe rufen. Genau. Wir müssen diese Laster erobern, sonst fällt der ganze San Francisco Plan ins Wasser. Transportpanzer voraus. Wir müssen nah dran sein. Ich empfange das GPS-Signal von den Sendern. Der Konvoi müsste direkt voraus sein. Tunnel voraus! Halt den Vogel ruhig, Jacobs. Wir gehen geradeaus durch. Wusste gar nicht, dass man hier drauf fliegen muss. Wir müssen diese Trupptransporter loswerden. Feuer noch! Wo hatte der denn geschossen? Die Begleitfahrzeuge, damit wir reingehen können. So. Oh, nett. Das geht ja dann zack. Also wenn die mich zuerst sehen, dann hat sich das gleich schon erledigt. Die Begleitfahrzeuge, damit wir reingehen können. Au. Komm, der Plan funktioniert nicht. Die Laster werden nicht langsamer. Also gut, äh, Plan B. Bring uns neben die Laster und halte ihr Tempo. Hopper, mach die Tür auf. Du spinnst doch. Ich werde nicht auf ein fahrendes Fahrzeug springen. Entweder du springst freiwillig oder ich helfe nach. Wie auch immer, du wirst in einem der Laster landen. Du musst uns alle auf diese Laster bringen, bevor wir den Grenzposten erreichen. Bring uns rein, Jacobs. Das mache ich nicht. Raus mit dir. Weiter. Bring mich auf den zweiten Dantlaster. Lass mich beim vorderen Dantlaster runter. Los! Das geht zum Glück ganz einfach. So, Bomben. Oh mein Gott! Das mache ich nie wieder. Das hast du gut gemacht. Steig aufs Gas und halt nicht mehr an, bis wir in San Francisco sind. Oh. Paket man. Oh, schon wieder Raketenwahrung. Ja, ich komme ja zum Konvoi. Alter Schwede. So. Zoom. Auf dem Hügel wurden Luftrakete. Welch ein Hügel. Auch da. Kontrollpumpf voraus. Es wimmelt von Koreanern. Licht anhalten. Ich ran das Tor. Jacobs, reich sie aus. Ich werde beschossen. Komm schon, Baby. Zusammenhalten. Jacobs, halt sie von mir fern. Wuhu. Ladies and Gentlemen, willkommen in Kalifornien. Sie blockieren den Highway. Mach sie platt. Beseitige die Fahrzeuge auf der Verführung. Oh scheiße. Das sind ja nicht mal Kollateralschäden. Und jetzt? Wir nehmen eine Umleitung. In der Nähe muss es noch eine Auffahrt geben. Ich glaube nicht, dass die Dinger geländegängig sind. Einfach mir hinterher. Jacobs, gib uns Deckung. Wir fahren durch dieses Wohngebiet. Ja, toll. Zum Glück habe ich hier auch eine Entsposition. Oh, was war das? KVA auf dem Parkplatz. Das ist kein Demolition Derby. Für den Scheiß halten wir nicht an. Mal sehen, wie lange er noch fährt, wenn du ihn als Rambock einsetzt. Das sind stabile alte Laster. Das passt schon. Ja. Noch alte Wertarbeit, oder wie? Raketenwerfertruppe auf dem Hotel nach. Unter Feindbeschuss. Nur ein paar Krugeln. Kein Problem. Straußenschwerer vor uns. Ich werde beschossen. Jakobs, wir nehmen Schatten. Ja, wo denn? So, wo sind die Jungs? Auf der Reklame-Tafel. Ach da. Ich mache das sowieso keine Werbung. Hä, hä, hä. Auf dem Dach. Schon wieder Raketenwaren. Äh, hä, hä. Oh, von oben? Oh, von oben? Oh. Ich sehe eine weitere Raumfahrt. Wir sind fast da. Ich glaube, wieder Raketenwaren. Raketenwaren. Überall Raketenwaren. Ich bin so am Arsch. Oh, rechts. Oh. Wenn ich mich ein bisschen dran gewöhnt habe, dann geht das. Wir sind fast da. Nah beim führenden Tanklaster bleiben und alle Gefahren vor uns beseitigen. Boah. Voll gesessen. Raketenwaffe auf dem Balkon. K-Kopf, für den Dachmann. Vorerst. Wir wissen hundertprozentig, dass das nicht mehr ihr Konvoi ist. Wir müssen weiterfahren. Oh, Junge, Junge. Bodenluft-Raketen-Stellungen um den Hafen. Hm. So. Wir haben alle. Oh, Scheiße. Verdammt, Connor. Ich sagte doch, sei vorsichtiger. Könntest du ihn nochmal starten? Ich versuche es. Wir sind hier auf dem Präsentierteller. Oh, Junge. Oh, Junge. Aufpassen, die KVA nähert sich. Scheiße, die werden bis Frisco hinter uns her sein. Hopper, leg dein gesamtes C4 auf die Brücke. Wir müssen aufpassen, dass uns keiner folgt. In Ordnung, aber es wird eine Minute dauern. Ich bin dauernd. Wo, 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 wo. Oh, da. Ja, ich weiß auch. Hopper, die Hälfte der Sprengsätze habe ich platziert. Ich werde beschossen. Drei Paar Kugeln, komm schon levy zusammenhalten. Ich krieg dir ab, die ganze Zeit, die blöden Dreckschweine her. Und ich schieße schon mit dem Klopter. Komische Töne. Ja, komm, lass mich bearschen. Komm schon drauf. Ja, das kommt. Jaaaah, Klaa! Aber, die Hälfte der Sprengsätze habe ich platziert. Ich werde beschossen. Lalalala, ist das voller Abenteuer hier. Dann beeil dich zurück zum Laster. Sobald du außer Reichweite bist, haupt, zünde sie. So, fern wir, Jungs. Gut, alles klar. Wir sind unterwegs, zeig's Ihnen! Kaboom! Die kriegt ja auch nochmal mit. Das wird die Dreckssäcke aufhalten. Hier spricht Connor Morgen vom Widerstand in Montrose, Colorado. Wir haben drei Tanklaster, die wir der US Army liefern möchten. Verstanden. Ihr kommt gerade rechtzeitig. Wir haben eine vorgelagerte Basis in Sausalito eingerichtet. Verstanden. Wir sind in drei Stunden dort mit Flugescorte. Widerstand Ende. Boi, oh, ich komme hier nicht durch. Einst war das amerikanische Militär eine gut gehöhlte Maschine auf solider finanzieller Basis. Sie konnte überall in der Welt eine massive Präsenz zeigen. Der Zerfall unserer Nation durch die Schläge eines durchtriebenen Feindes hat all das geändert. Aber die Stärke dieses Landes beruhte nie auf Waffen und Reichtum allein. Vor 250 Jahren bekämpften Bauern und Ladenbesitzer, Drucker und Schmiede ein mächtiges Imperium. Und sie waren mit kaum mehr als Mut und dem Traum von Freiheit bewaffnet. Heute schließt sich eine neue Generation Zivilisten unseren Streitkräften an, um San Francisco dem Feind zu entreißen. Ich bin die Stimme der Freiheit, aber sie sind ihr schnelles und scharfes Schwert. Dies ist ein Krieg des Volkes. Geführt durch das Volk für unsere Freiheit. Jo, und weiter geht's. Seid ihr vom Colorado Widerstand, die Truppe aus Momjoes? Was davon übrig ist. Gute Arbeit, uns den Treibstoff zu beschaffen. Jetzt kriegen unsere Truppen Luftunterstützung. Ja, aber zuerst müssen wir diese Flak aushalten. Hey, können wir los? Ihr zwei zu mir! Ja, ihr zwei, folgt ihm! Mhm, wird schon wieder fliegen. Autor geprüft, Schuh bei 70%. Bordelektronik startklar. Raptor, hier spricht Roper. Sie haben startanlaubt, ist gute Jagd. Raptor 1-1 verstanden. Frei, verstanden. Stellt das Bier kalt. Ich hoffe, die Musik stört nicht. Yeah. Hier Roper, Achtung, besprechen Sie zusätzliche Helikopter vom 160. Ende. Raptor verstanden, schließen uns Formation an. Ich hoffe, dass die Musik nachher nicht wieder rausgeschnitten werden muss. Hörd auf Zeit. Raptor, hier spricht Stalker 6-1. Dann bleiben uns unten halten. Wir kommen unterhalb dieser Kalonen hin. Ja, na. Raptor, kommen einfach nicht identifizierende Flugzeug auf uns zu. Kann sich jemand sehen? Roper auf. Da kommen Sie! Vorbei mit einer guten Stimmung. Bin übel getroffen. Verliere Druck in der Hydraulik. Feuer im Motorraum. Kann sie nichts in der Luft halten, wenn sie beim Conva abzelt sind. Klar, dampf nicht um uns. Wir sehen uns auf der Brücke. Wir sind ein paar Raketen. Wir verdienen auf der Brücke. Verständigt. Mehrere Anschlüsse von der oberen Ebene. Festhalten. Bin getroffen. 1-4 geht runter. 1-4 stürzt. Stürzt. 1-4 stürzt. 1-4 ist im Motorraum. Ende. Verstanden. Versuch Aktion gestartet. Raketen-Sachbar sind gerüstet. Angreifen. Ausschalten. Granatwerfer einsetzen. Wir können fliegen. Wir können fliegen. Render. Neue Landenzone ist allein von Leuchtung. Gewicht sich an Beobachtung im Schädelischen Leiter zu Ende. Verstanden. Ja, guck mal. Da steht sein Arsch. Oh. Klinge, was hat geknackt. Oh. Das sind ja meine Leute. Haha. Au. Hubschrauber nähert sich. Hubschrauber. Oh. Oh. Ah, ah, ah. Wie der West. Karo hat sich ausgeschaltet. Ja, den. Ja, aber die Anderen. Oh. Andere. Komm schon, ihr Bastarde. Noch ein paar Yards und wir haben es geschafft. Fixle Magazin. Granatze fliegt runter. Nein. Und weiter. Ach, schade. Okay. Okay. Oh, oh. Oh. Gebiet gesichert. Formieren. Südtor. Hernandez, das Tor öffnen sofort. Ja, Sir. Hier hat die doch mal aus dem Weg, Mensch. Position halten. Panzer, in Deckung. Ja. Das war. Wir müssen was finden, um den Panzer auszuschalten. Raketenwerfer, andere Seite. Los, rechts rum. Durch diese Baracken da. Ja, ja. Ich komme schon. Ich komme schon. Ich gehe vor. Gib mir Deckung. Ins nächste Gebäude. Los. Oh, der war gut. Runter, runter. Runter, 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 Kontakt. Scheiße, zieh aus. Der war gut. Aua, aua. Den muss ich mir merken. Aua. Aua. Boah. Die Kuh. Was für eine Drecksau. Und nochmal. Und nochmal. Boah. wir müssen uns den weg hinauf zum turm erkämpfen du bist ja einer hast ja richtig kraft in den bäunchen war oder mal zeit auf die e-taste warten nehmt was du kriegen kannst ich glaube ich wechsle die aus da ist doch lieber die hier alles ziehe ich mir aber dann lass uns mal dann lass uns ja dann mach doch ja ich war aber schneller da guckst du doch ne die haben ein bisschen mehr rüstung das waren die letzten weiter super heilungskräfte wieder einsatzbereit das hat auch ein dick und grüß das ist von dem meine schuld die sind schon tot jetzt willst du dass ich hinter dir bleibe willst du meine kills stehlen kabumm so hat einer vielleicht von ist ja schön aber die anderen haben auch nicht geschossen und du hüßt mir nicht so na ob da wieder einer um die ecke kommt ist ja schön dass da auch mal einer schießt ohr übriges mein todes maschinengewehr geht man kann nur mehr über sowas richtung 750 okay nehmen doch die betty wir haben nix hundert schuss iles ichosto ja gleich gut hab eine rein gerufen ach komm jeder gang macht schlank mein freund so ein kleines training tut immer ganz gut fertig ja fertig da ist das ist auch schön was da feinde über uns eine tod schon wieder irgendwo der strom noch ein stückchen weiter und wir sind auf der brücke das gute ist wir laufen einfach immer nur wir laufen einfach immer nur dahin wo sie herkommen das ist ganz schön hoch wir haben sie flankiert feuer frei so meine okay Der Geponsor. Ne? Du schon wieder. Was willst du wieder von mir? Du musst wieder deinen Arsch beschützen. Neu von mir. Ja, wir lassen es. Wir vier zu uns. Wir sichern die Brücke. Vom Tor zurücktreten. Wir werden es einreißen. Oh. Sie bekommen Verstärkung. Dranbleiben. Bewegung. Granate. Jemand muss auf die große Vorrichtung. Schweige sie auf. Kommt nach. Kommt nach. Granate. Granate ist unterwegs. In Bewegung. Ja. Das ist keiner mehr. Hm. Formieren. Vorrücken. Mein Konvoi bleiben. Hm. 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 Oh ja, was ist denn mit euch los hier? Morgdanz Ja, ich weiß nicht, was heute wieder los ist mit der Launa rumgeknacke in der Leitung Vorwärts, vorwärts Wachtürme, in Deckung Eingricks, Handikopter, Rücktug Oh Jacob's life Was ist passiert? Er ist runtergefallen, wir müssen Er ist weg, wir müssen weiter Schwein gehabt, oder? Jacob Boah Blöde Sohn Da fällt man erstmal von der Brücke Und dann auf einmal kommt gleich der Helion entgegen Okay Komme ich da irgendwie vorbei, ohne zu sterben? Mist, der Helikopter greift erneut an Ich sehe den Heli nicht mehr Er fliegt über das Unterdeck Die Sau will mich lieb haben Papa, in Deckung Diese Dinger werden nicht im Stück gereicht Start Diese Wachen haben eine 20mm Maschinenkanone Verbunden mit Kajuban Papa, jetzt nicht Ich rücke auch mit vor Ich hoffe, ich komme hoch Wir müssen mit einer Granate da hochkommen Das ist Selbstmord Es muss einen anderen Weg gehen Ah Ah Hey, eine der Wachen ist erledigt Wer hat sie erledigt? Kein Weiter vorrücken Heilige Scheiße, er lebt Jakobs Das ist schon das fünfte Mal Dass du gestürzt bist und überlebt hast Ich habe noch nie einen Hurensohn getroffen Der so viel Glück hat Der Helikopter kommt zurück So Scheiß Heli Der Heli wird uns erledigen Wenn wir ihn nicht ausschalten Boom Ja, ich habe schon einmal geschossen Der Heli wird uns erledigen Wenn wir ihn nicht ausschalten Boom So Irgendwo jauert mein Hund da hinten Ist aber Krieg Emi So Sein Neuformieren Achso Da hinten Ja, Entschuldigung Ach Wir müssen die Kanonen ausschalten Die Flugabwehrkanonen, die unseren Vögeln Probleme machen, sind hinter diesem Tor Das ist die entscheidende Schlacht Jetzt gilt es Zurückläuten hier noch mit und über die hier sie sind erledigt weiter auf die platte auf der linken seite Ich bin ja echt, ich hab nur Glück hier, ne? Noch Glück hab ich, ich hab echt nie Glück. Boah, warte. Habt ihr da hinten wieder irgendwo ein Leben lassen? Oh, was ist das? Kein Rückzug, die Linie halten! Moment, die Kanonen haben FFE. Ich kann sie so umprogrammieren, dass sie unsere Flugzeuge für Verbündete halten. Kopfenglisch? Wir setzen ihre eigenen Kanonen gegen sie ein. Sie haben zwei Minuten, dann sprengen wir! Jacobs, Rihanna deckt Hopper! Sie rücken von rechts vor! Feindliche Truppen nähern sich! Die KVA versucht die Plattform zurück zu erobern! Ach Scheiße! Aua! 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 Was ist denn noch? Aua! 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 Warum dauert das so lange? Aua! Einsatz 4 geschlagen? Ah! Ich hab jetzt gerade gar nicht drauf reagiert. Ich weiß es total... Ein verbündetes UKF ist vor Ort. Ich verbinde! KVA, Panzerkolonne nähert sich ihrer Position. Einsatz des UKF empfohlen! Sehr guter Treffer! Da sind immer noch feindliche Panzer! Ausschalten! Noch einer erledigt! Guter Schuss! UKF ist auf Bingo Sprit! Rückkehr zur Basis! Wir müssen hier sofort weg! In den Hamvi! Ich fahre! Jacobs an die Kanone! Lasst uns von der Wolke verschwinden! Wo? Haben Sie! Ausschalten! Das ist eine Revolution! Kontrollierte Feuerstöße! Vor dem Druck! Wir sind in der Falle! Fahrzeug ausschalten! Goliath! Das ist einer von Ihnen! Rückwärtsgang! Weg hier! Wir haben uns anwiesiert! Täuschkörper einsetzen! Äh... Ja... Täuschkörper einsetzen! Wieder witzig! Havi! Ich fahre! Jacobs an... Witzig! Täuskörper einsetzen! Witzig! 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 Er wollte mich verarschen. Ich drück die ganze Zeit F. 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 Wir haben anzieht Panzerladungen. Einfach weiterschießen. Boah. Das war laut. Als wenn es ein Monster wäre. Hier spricht Conor Morgan. Eine KVA Panzerkolonne rollt von Süden her an. Er bitte sofortige Luftunterstützung am Anfang der Brücke. Sie müssen sie sofort treffen. Sie haben keine eindeutige Erkennung der feindlichen Ziele. Verdammt. Warpath. Feuern Sie auf meine Position. Was machst du da? Achten Sie auf das Signal. Wiederholen Sie das Klingel. Werfen Sie Ihre größte Boppe auf das Signal. Bestätigt. Luftangriff unterwegs. Nein. Conor. Marfil. Angriffsführer. Bestätigen Sie die Sicht. Adler 1 kann das Signal sehen. Paket unterwegs. Conor! Kann ihn jemand sehen? Conor! Hier ist Europa News aus London. Das Untergrundnetzwerk Stimme der Freiheit berichtet, dass sich amerikanische Freiheitskämpfer den US-Militärstreitkräften bei einer Großoffensive auf die Golden Gate Bridge angeschlossen haben. Der koordinierte Angriff soll der Wendepunkt in Amerikas Guerillakrieg gegen die koreanische Besetzung werden. In der Zwischenzeit hat der EU-Verteidigungsrat eine Notsitzung einberufen, um über eine Unterstützung für unsere Verbündeten auf der anderen Seite des Atlantiks zu debattieren. Ja und das war Homefront. Der erste Teil. Irgendwann werde ich den nächsten Mal, ich weiß nicht ob auf Twitch oder bei mir auf meinem YouTube-Kanal, werde ich dann nochmal den zweiten Teil, Homefront Revolution, einmal nochmal durchspielen. So, vielen Dank fürs Zuschauen, falls ihr mal durchgeschaut habt. Ich gucke mir gleich nochmal die Kommentare an, falls überhaupt was da ist. Und dann wünsche ich euch noch ein schönes Wochenende. Vielleicht bis nachher noch.